Viele haben schon aus der Zeitung oder aus dem Internet von ihr erfahren. In Brake hängen Plakate, die dazu aufrufen, Monique zu helfen. Die traurige Geschichte, die dahinter steckt, handelt von einer starken jungen Frau und einer Familie, die hinter ihr steht. Mit elf Jahren ist sie das erste Mal an Blutkrebs erkrankt. Nachdem die heute 17-Jährige den Krebs zwischenzeitlich besiegt hatte, kam die Leukämie im November bereits zum zweiten Mal zurück. Bei der ersten Leukämie, man hat da nie so was mit zu tun gehabt, mit Krebs oder so. Und nicht so persönlich, obwohl so im Freundeskreis und so waren auch Kinder oder ein Kind dabei, was Krebs hatte. Da hatte man zwar schon mal so ein bisschen damit zu tun, aber wenn das eigene Kind erkrankt, das haut einen den Boden unter den Füßen weg. Zum dritten Mal nimmt die Familie nun zusammen mit Monique den Kampf gegen den Krebs auf. Die Chemotherapie nagt nicht nur an der Substanz von Monique. Durch die Belastung erlitt ihre Mutter Melanie bereits einen Herzinfarkt. Doch trotz allem hält die Familie zusammen und die 17-Jährige ist fest entschlossen, weiter gegen die Krankheit anzukämpfen. Monique ist eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch, lacht gerne. Und seit Monique weiß, dass sie wieder Leukämie hat, ist auch die Kämpfernatur bei ihr total rausgekommen. Also sie weiß, was auf dem Spiel steht, dass sie, dass das eben halt, wenn nichts gemacht wird, auch ein böses Ende nehmen kann. Und sie will kämpfen. Und bei so viel Zuspruch, was jetzt auch bei Facebook ist und so, hat sie auch sehr viel an Stärke gewonnen. Und ja, hoffen, dass das alles ein gutes Ende nimmt. Doch dazu muss zunächst ein passender Spender gefunden werden. Denn ohne fremde Stammzellen stehen ihre Chancen schlecht. Um zu testen, ob man als Spender in Frage kommt, kann man sich zu Hause mit einem Typisierungsset oder im Krankenhaus typisieren lassen. Dabei wird aus einem Tropfen Blut oder mit einem Wattestäbchen aus der Mundschleimhaut DNA entnommen. Heinrich Schrand kämpft seit Jahren ehrenamtlich dafür, dass sich möglichst viele Menschen typisieren lassen. Wir suchen einen genetischen Zwilling zu einem erkrankten Menschen. In der Regel sind das leider Kinder. Und ihre Abwehrkräfte müssen identisch sein mit den Abwehrkräften des erkrankten Menschen, damit er ihre Spende, die wir dann später gewinnen wollen, auch annimmt und nicht abstößt. Das ist das größte Risiko einer Transplantation, dass der Patient das Gute, was wir ihm tun wollen, nicht annehmen kann. Deshalb findet am morgigen Samstag in der Bracker Haupt- und Realschule eine groß angelegte Typisierungsaktion für Monique statt. Etwa 20.000 Menschen werden durchschnittlich benötigt, um einen geeigneten Stammzellenspender zu finden. Daher zählt jeder Freiwillige. Wenn auch Sie Monique helfen möchten, kommen Sie dort vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020